So, Freunde, wir haben schon wieder Bergfest, ne? Mittwoch. Und das bedeutet, es gibt wie immer die besten Kauftipps, die besten Lückenfüller, die besten Schnäppchen für Spieltag 31 mittlerweile. Und damit wünsche ich euch jetzt natürlich ganz viel Spaß. Ich bin Max, ich bin sehr froh, dass ihr mit am Start seid. Lasst gerne mal ein Like da, wenn es euch gefällt, ein Abo, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal hier seid. Und damit ist genug gequatscht und wir gehen rein ins Video. Und wir schnacken gar nicht lange rum und starten direkt mal mit dem ersten Kandidaten. Und der kommt heute vom VfB Stuttgart und heißt Anthony Rouault. Und ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit dem Namen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der ist aktuell wirklich ein heißes Eisen, weil Joscha Wagnumann, der ist verletzt. Der wird ausfallen wahrscheinlich bis Saisonende. Pascal Stenzel genießt nicht so den allerhöchsten Stand bei Sebastian Hoeneß, das Gefühl hat man zumindest. Und Leonidas Stärjiou hat einfach nicht überzeugt zuletzt. Rouault war verletzt, hatte einen Kieferbruch, meine ich, im letzten Spiel aber schon wieder auf der Bank gesessen. Wurde extremst gelobt von Sebastian Hoeneß, der gesagt hat, der trainiert überragend wie ein Weltmeister. Und deswegen glauben wir, dass der eine Alternative sein könnte fürs kommende Spiel gegen Leverkusen, was zugegebenermaßen natürlich extrem schwer ist für Stuttgart. Trotzdem kostet aktuell 1,3 Millionen. Wenn er gespielt hat, dann zumeist ganz ordentlich. 66 Punkte im Schnitt. Und deswegen finde ich den wirklich interessant für Spieltag 31. Dann haben wir Roberts Goh und ich weiß nicht, ich glaube, da war ich nicht der Einzige, der sich so ein bisschen die Augen gerieben hat am letzten Wochenende gegen Gladbach. Völlig, was heißt unverhofft, völlig überraschend in der Startelf gestanden von Pellegrino Matarazzo. Gleich mal eine Vorlage beigesteuert beim furiosen 4-3 gegen Gladbach. 200, ich habe es mir aufgeschrieben, 201 Punkte gemacht. Und jetzt kommt dazu, dass er zum einen super krass günstig ist, kostet nicht mal eine Million zum aktuellen Zeitpunkt, 971.000. Und man spielt am Freitag gegen Bochum. Das bedeutet, man kann die Aufstellung einsehen, man kann sehen, spielt ein Juracek, spielt vielleicht ein Bülter oder eben einen Roberts Goh. Wenn er spielt, finde ich es wirklich ein heißes Spiel gegen Bochum. Klar, für die geht es um alles an der Kastropper Straße. Ist auch kein einfaches Spiel für Hoffenheim. Aber trotzdem, also um den kommen wir nicht herum hier in dieser Liste fürs Wochenende. Und dann haben wir wieder mal eine ganze Mannschaft. Das habe ich öfter gemacht in den letzten Wochen mal. Wir gehen mit Mainz, weil es ist für mich aktuell vielleicht so das Team der Stunde. Die sind überragend. Die flügen so ein bisschen durch die Liga. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die direkt drin bleiben und gar nicht erst in die Relegation gehen. Und jetzt spielt man eben dieses Spiel, oder steht man vor diesem Spiel, vor diesem Abstiegskracher gegen den 1. FC Köln. Die stehen mit dem Rücken zur Wand, haben verloren gegen Darmstadt. Mainz darf zu Hause ran. Und da gibt es eben extrem viele günstige Lückenfüller, die aktuell extrem viel Sinn machen. Zum Beispiel die Verteidiger, ein Sepp Vandenberg, ein Hanco Olsen, ein Kassi auf links, auf rechts, ein Mwene auf links, ein Amiri natürlich im Zentrum, ein Barrero Martens, der fit werden sollte. Auch ein Onisivo, der spielen könnte für Jess Young Lee, weil der ist gelb gesperrt. Und sonst natürlich ein Johnny Burkhardt, ein Gruder. Da kannst du im Grunde genommen alle mitnehmen, bezahlst nicht viel Geld und hast im besten Fall dann noch eine richtig gute Punkteausbeute fürs Wochenende. Also die machen wirklich extremst viel Sinn. Und der letzte unten in der Reihe ist Marvin Duxsch. Und der hatte ja eine krass lange Durststrecke. Neun Spiele in Folge nicht getroffen. Und dann die Partie gegen den VfB Stuttgart. Für mich mehr als überraschend. Doppelpack. Ich habe es mir auch hier aufgeschrieben. 224 Punkte gemacht. Und das sind jetzt wirklich interessante Spiele für die Bremer. Denn man muss zuerst ran in Augsburg. Auch das ist nicht leicht. Ich finde, wenn man Augsburg hört, dann denkt man so, ja okay, den FC Augsburg, den kann man mal gewinnen. Vor allen Dingen irgendwie als Werder Bremen. Aber wir wissen alle, was die für eine gute Saison spielen. Und dann zu Hause gegen Gladbach. Da sollte was drin sein. Ist aktuell relativ günstig für seine Verhältnisse. 12,3 Millionen. Und deswegen finde ich auch den wirklich nicht schlecht. Für Spieltag 31 und generell die nächsten Wochen. So, dann haben wir Kilian Sedilja. Der ein bisschen außen vor war in den letzten Wochen. Könnte oder sollte im Normalfall am Wochenende aber spielen. Zu Hause gegen die Wölfe. Weil Lukas Kübler ist gelb gesperrt. Also Sedilja ist mehr oder weniger alternativlos. Und das Ganze gibt es eben für 4 Millionen. Ist super günstig. Eine super Alternative. Ich weiß, der hat zuletzt nicht so wahnsinnig doll gepunktet. Aber die Wölfe sollte man schlagen können. Zu Hause. Und wie gesagt, wir gehen relativ sicher davon aus, dass er spielen wird. Dann Jorbe Vertessen. Und der ist so ein wenig rausgestochen. Immerhin. Bei der Pleite gegen Bayern. Letzte Woche an der Alten Försterei. Hat getroffen hinten raus. Und damit einen Bann gebrochen. Denn Union hat drei Spiele in Folge kein Tor geschossen. Und dann kam Jorbe Vertessen. Ich glaube, es war sein zweiter oder dritter Saisontreffer. Und ich meine, er ist auch nur eingewechselt worden. Und dieser Treffer oder dieses Tor, dieses Erfolgserlebnis. Das sollte ihn natürlich dann qualifizieren, um von Beginn an zu spielen. Am nächsten Wochenende gegen Borussia Mönchengladbach. Und auch hier sind es, so kann man das, denke ich, sagen, die Wochen der Wahrheit für Union. Kurz vor Ende der Saison. Man ist unten reingerutscht. Und man spielt jetzt gegen Gladbach, gegen Bochum und gegen Köln. Das werden ganz, ganz heiße Partien. Vertessen sollte da im Normalfall spielen. Kostet aktuell 2,4 Millionen. Ist für mich aktuell vielleicht noch der spannendste vorne drin bei den Eisernen. Deswegen gibt es auch für den, ja, eine kleine Kaufempfehlung immerhin. Und der letzte hier in der Reihe ist Tomasz Czwanchara. Und da könnte man so ein bisschen zocken. Liebe Grüße an Tobi erstmal. First things first. Das muss man immer erwähnen. Weil Julian Weigl gelb gesperrt ist. Deswegen könnten wir uns vorstellen, dass Alassane Player eins zurückrutscht. Und dann eben Czwanchara ins Sturmzentrum. Jordan ist ja verletzt. Hack über links, Honorar über rechts. Aktuell super günstig. Kostet nicht mal 2 Millionen. Steht natürlich auch bei einem desaströsen Schnitt. 32 Punkte im Schnitt. Man muss ran. Gegen Union zu Hause. Das habe ich gerade schon gesagt. Aber wie gesagt, ist ein kleiner Gamble. Könnte sich am Ende des Tages dann eventuell sogar ziemlich doll lohnen. Und dann haben wir Kilian Fischer. Und der war komplett weg vom Fenster. So kann man das sagen. Hat, glaube ich, in der Rückrunde letztes Jahr relativ viel Spielzeit bekommen. Von Niko Kovac. Damals im Duell mit Riedle Baku als Rechtsverteidiger. Jetzt unter Kovac gar keine Rolle gespielt. Hasenhüttl allerdings gibt ihm die Chance. Hat das so auch kommuniziert. Hat gesagt, der bekommt jetzt den Vorzug vor Joachim Mehle. Man möchte nämlich keine Veränderung großartig treffen. Im Vergleich zum letzten Auftritt gegen den VfL Bochum. Was die Startelf angeht. Und deswegen Kilian Fischer. Wirklich ein richtig nicer Call. Kostet aktuell 500.000. Dasselbe gilt aber auch für den Sebastian Borneau. Der super günstig ist. Wirklich ordentlich gepunktet hat. Auch gegen Bochum. Auch ein Aster Franks, der überraschend mal wieder in der Startelf stand. Auch den kann man mal mitnehmen. Man muss jetzt wie gesagt ran in Freiburg. Keine einfache Partie. Ich will nicht sagen 50-50. Ich sehe Freiburg leicht favorisiert. Aber Wolfsburg, auch die müssen punkten. Mit dem Rücken zur Wand. Ja, halte ich nicht für ausgeschlossen. Dass punktetechnisch da vielleicht auch was drin sein könnte. Für die Mannschaft von Hasenhüttl. Und Thiago Tomas. Den wollte ich übrigens auch noch gerade nennen. Der ist auch, finde ich, ganz interessant. Und dann die Dortmunder. Da ist Ian Marzen gelb gesperrt. Deswegen wird es Rotation geben. Riason rückt wahrscheinlich auf die linke Seite. Und dann kann ich mir vorstellen, Marius Wolf auf rechts. Der hat das gegen Leverkusen schon von Beginn an gemacht. Ich meine 60 Punkte oder so. War nicht berauschend. Aber der kostet auch nur eine Million. Das nächste Spiel ist wieder nicht einfach. Man muss auswärts ran in Leipzig. Da hat man sich öfter mal schwer getan. Aus Sicht der Dortmunder. Und auch Karim Adeyemi. Über den müssen wir quatschen. 9,6 Millionen. War ja letztes Wochenende gelb gesperrt. Jamie Baino-Gittens, finde ich, hat seine Chance jetzt nicht so wahnsinnig genutzt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, Adeyemi rutscht rein. Wie gesagt, Riason auf die linke Seite. Wolf auf die rechte Seite. Kostet eine Million. Kann man ruhig mal mitnehmen. Und damit sind wir schon bei unserem Spitzenreiter für dieses Wochenende. Und das ist Erik-Maxim Chupo-Moting. Ihr habt es gesehen auf dem Thumbnail. Bei Bayern steht das Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid komplett im Fokus. In der Bundesliga gibt es nichts mehr zu holen. Da wird es jede Menge Rotation geben. In der Startelf dazu kommt noch, dass man ja gar nicht mehr so viel Auswahl hat. Weil einfach viele Leute vorne drin verletzt oder angeschlagen sind. Chupo hat schon gespielt gegen Union am letzten Wochenende. Richtig stark. 175 Punkte gemacht. Vorlage für Thomas Müller. Ich glaube, es war nur eine Vorlage. Diese Flanke auf den langen Pfosten. 1,2 Millionen. Also super günstig. Man spielt zu Hause gegen Frankfurt. Und da hat man ja noch eine kleine Rechnung vom Hinspiel. Da hat man, glaube ich, eine 5-1-Rutsche bekommen in Frankfurt. Also da gibt es ein paar Gründe, den aufzustellen. Und ich habe auch mal Brian Saragossa mitgenommen. Weil, wie gesagt, viel Rotation. Bayern hat nicht mehr so die Auswahl vorne drin. Vielleicht bekommt Saragossa vielleicht mal einen Einsatz. 1,6 Millionen. Auch das könnte sich im Zweifel vielleicht auszahlen in der Championship. Wer weiß, wie er da aufstellen wollte. Das sind so ein paar Tipps von mir. Und am Ende des Tages müsst ihr wissen, wie ihr damit dann umgeht. Und damit sind wir durch für heute. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Kandidaten ihr noch auf dem Schirm habt, die ich vielleicht vergessen habe. Das würde mich sehr interessieren. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zum altbewährten Duell gegen den NASA-PC. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag und macht's gut. Tschüss.